Eine Geschichte über einen kleinen Jungen namens Billy. Billy, hab ich gehört, wurde er von seiner Familie getrennt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber das ist wohl auch nicht so wichtig. Also dieses Kind, Billy, er ist dann wohl irgendwie dem, äh, also dem Vault-Bewohner begegnet. Und ich, ich weiß ehrlich gesagt nichts genaueres, aber dank dem Vault-Bewohner ist der, äh, kleine Billy jetzt wieder bei seinen Eltern. Ich weiß, dass, also, es ist nicht immer toll da draußen. Also ich dachte mir, dass euch die Geschichte vielleicht gefällt. Aber egal jetzt, dann mal wieder Musik, würde ich sagen. Das nächste Lied ist, äh, von Bob Crosby. Das nächste Lied ist, äh, von Bob Crosby. Schnapp's dir. Kein Problem. Hey, was gibt's denn? Was dein ist, ist auch mein. Nicht wahr, Schatz? Was? 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 Das war's. Das war's. Das war's.